Musik 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 Ich bin heute mit meinem Patenkind Manuel unterwegs Musik Unsere Stadt befindet sich in Laupen und unser Ziel in Kerzes. Wir haben beschlossen, dass wir eine Dreiflüssewanderung machen. Sense, Sahne, Aare. Dabei werden wir eine ganz schöne Altstadt besuchen. Natürlich gehört auch dazu ein Schloss. Weiter geht es über schöne weite Felder. Alles den Flüssen entlang. Auf Naturparadiese. Und natürlich haben wir unterwegs auch ein grosses Highlight. Eine grosse Eisenbahnbrücke, die momentan gerade saniert wird. Doch lasst euch einfach selber überraschen und schaut doch den Film einfach an. Viel Spass! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Da vorne ist unser Ziel von heute Kerzes Bahnhof Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020